Boah ist jetzt gar nicht das so hell. Ja, ja. Rallye, 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 Rallye. Hä? Oh schon eine Sätze im Kombo. So, was nehme ich denn? Oh, ich habe ja nur die beiden. Ich nehme den. Da nehme ich jetzt. Ah, ich nehme da den wieder. Und da nehme ich dann einfach den. Der braucht keinen Hose auf. Ich auch nicht. Ich habe zwei Ready-Otos. Und einer davon, einer von den beiden ist halt das Leihfahrzeug. Wo sammeln wir? Einer Seite von dem Ding ist so ein kleines Heus hier. Beilenanhänger. Das weißt du. Ich auch nicht. Ich habe hier kein Dinges. Kein Haus. Ich bin hier noch nicht hier hoch. Direkt hinter einen. Ah, sag das doch. Ich habe nur an der Seite verstanden, deswegen. 25. Yay. Fast letzter Start. Auch nicht schlecht. Ja, guck mal an. Dann weg. Wolle. Dieser VEL M ist erstmal stehen geblieben. Andere fährt da vor rein. Ja, unser Kollege ist gerade nicht hier. Ah, haha, haha, ich... ...joha Jetzt sind 20, das heißt, wir sind ja noch zugehend, wir müssen bei ihm um die Sürze Wenn es ist 13, dann... Moin Das sind alle da so, ich verstehe was wir suchen oh ja das hast du eben auch gefragt aber wahrscheinlich beides auch nicht mit absicht aber die fallen ja alle von der abkürzung gefahren die richtige strecke scheiß naja ich bin eigentlich nie gefolgt man ne ach so meine vorne und da vorne ist er von uns nicht gewohnt ich bin langsamer geworden gerade deswegen kriegt der baum hat mich gerettet dass ich den schiff und kriege er ist vorgegeben felsen gefahren und ja Du bist 2. Wer ich? Ja. Ich bin auf 19. Wir sind einfach gleich nur auf Christus. 19? Ja, der letzte bei mir wird auch der Fokus sein. Ich wollte nicht zweimal hier meinen Shave-Voli nehmen. Jetzt bin ich der wunderschöne Raptor. Gott. Ist ja leider ein bisschen schwer. Ich hab alle Bäume nieder gemetzte Digga ranfahren gefühlt. Wow. Jetzt kann ich mal wieder auf die Strecke kommen. Geil. Hab ich. Sie hat Madison in der Mitte. Einmal rüber. Finde ich an wie die Rallye Dakar hier, Alter. Moin. Geil. Ich konnte nicht rüber irgendwie. Der wollte nicht. Oh, nicht schon wieder ins Wasser, ey. Und ausgebremst. Hä? Oh nein. Das geht nach links weiter. Oh, ne kurze Wasser-Tour. Eigentlich ist mal Ruhe. Nichts was gegen den Odo klatscht. Ich Cold in die Kop� die die Rallye beretzte. Jaja. Die Rallye beretzte, und zwar in der Rallye sehr gut in den Augen. Tog da nicht. Das war's für ein Geraden. Ah ja, das war's für ein Geraden. 17, hä? Warum bin ich plötzlich 17? Ich bin ja da... Ich bin ja da... Ich bin ja da... Ich bin grad viel zu viel in meiner Asphalt für... ...Offroad... ...und der Ford... Die ist nicht... ...mein Windschatten... ...ist mein Schattenwind... Hui! Oh, der Ford noch mal... Jo... Den Bust hatte ich fast mitgenommen... Oh Gott... Da war irgendwie so ne Steinkante... ...die ich voll erwischt habe... Ja, da ist ja... ...und er ist da... ...und er ist da... ...und er ist da... Boah... Jetzt geht das Auto gerade... Jetzt habe ich mehr gefahren... Okay... Eigentlich ganz angenehm... ...ist grad... ...ist grad von angenehm... ...dass das grad so... ...gerade ausgeht hier... Oh... ...hab die Rampe nicht mitgenommen... ...schade... ...was ich grad da hinten geguckt habe... Oh Gott... ...die Bodenwelle war so stark... ...dass das mein Auto fast zerrissen hatte... ...her... ...der ist in der Base... ...neuer... ...und er hat zwei Anzeige... ...fassend... ...und... ...dreißig Sekunden... das hat mich ausgebremst könntest du mich gleich kriegen weil das hat mich gerade hat ausgebremst der seite stein damit ausgebremst er wie kommt nicht mehr durchs ziel ist echt schade da vorne ist das ziel gewesen ein checkbott vom ziel schade alter das war gut alter was ist das stimmt die machen beide den gleichen tanz oh